herzlich willkommen zu diesem sehr kurzen tutorial zum thema vertikal gärtnern das vertikale gärtnern ist ja in vielerlei munde ist es total populär und was ihr für ideen umsetzen können zeige ich euch hier in diesem kurzen video von pflanztaschen über pflanzsäcke über regale die selbst baut oder kauft oder türme die ihr ganz einfach zusammen schrauben und sets die ihr kaufen könnt an die wand schrauben total umständlich und auch relativ teuer wie ich finde es geht auch viel viel einfacher ja diese ganzen umsetzungs ideen sind vielleicht ganz toll auch für die wirtschaft um die anzukurbeln kann man machen muss man aber nicht es geht auch viel einfacher und wie das zeige ich euch jetzt man nehme einfach so einen alten schuhschrank mit mehreren fächern klappe den einmal auf dann kann man da noppenfolie rein nageln legen oder kleben oder schrauben wie auch immer ihr müsst diese noppenfolie natürlich zuschneiden vielleicht geht auch einfach unkrautvlies das ist ein bisschen billiger dann müsst ihr noch eine rückwand dran nageln oder schrauben nun das ganze ding einfach befüllt mit pflanzerde könnt auch blumenerde nehmen und zu guter letzt werden einfach die pflanzen eingesetzt und ihr könnt spaß haben mit dem vertikalen garten juhu gefühlt gibt es ja mittlerweile zwölf millionen verschiedene varianten von hochbeeten in diesem fall hier habe wir haben wir mit unserer kleintochter ein pflanzregal bestückt mit blumen und es hat sehr viel spaß gemacht und wir glauben dass es wirklich auch eine gute sache ist auch kindern das gärtnern zu zeigen schon von klein auf und daher fanden wir das richtig süß und sie hat das richtig toll gemacht so 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 so